Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rocket League zusammen mit Krischi und Christoph. Halli hallo. Moin moin. Und wir spielen gegen Semiboy, VM Rickert und VM Spirit. Also da kennen sich wohl zwei Leute auf jeden Fall. Oh, Faggot. Oder die A, wir spielen beide einfach nur in einer Virtual Machine. Wow. Nix da. Nice. Ich geh ins Tor? Oder nicht? Ja, doch. Ja, okay. Nein, sorry. Alles gut. Ja, ja, ja. Ich dachte, du wärst schon offen nach vorne weg gewesen. Ähm, bist du jetzt im Tor oder nicht? Nein. Nein, ist er nicht. Ich kann aber reingehen. Nein, nee. Wäre nice. Ich hau den weg. Okay, dann geht nichts. Okay, ich brauche ihn nicht ordentlich. Komm, Christoph, nochmal einen Sa... Ja, sehr gut. Oh, fuck, Krischi, ich raus. Ja. Ich bin im Tor. Christoph, wo bist du ein ganzer? Fährt auf der gegnerischen Wand... Ja, da ist Christoph leider nicht. Warum hast du gerade an der gegnerischen Wand längs gefahren, Christoph? Also die Pro-Spieler vor dem Herzen sind das hier auch nicht, ne? Jetzt, bitte! Da ist Christoph wieder nicht. Da ist wieder außen bei dir gewesen. Oh, nein. Doch. Lol. Lacker! Doch, lacker. Alles klar. Ja, natürlich. Ich habe dafür nicht mal Vorlagenpunkte gekriegt. Ja, weil der Spirit den noch entscheidend weggelenkt hatte. Und Sammy Boy hat ein echt schönes Tor gemacht. Okay, ich bin im Tor. Weiß ich nicht. Oh, okay, wir waren wieder oder. Oh! Der war bis nicht geil gewesen. Krischi. Jo. Ich bin im Tor. Nein! Der Vater will in die Brust! Ich werde zusammengematscht von 2 an. Ach, zu hoch! Ne, zu hoch, zu hoch! Oh! Oho! Entschuldigung! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Ja, wissen wir noch nicht so ganz. Ja, er hat fast so getroffen, wie ich ihn treffen wollte. Alles gut, ich fahr mal bisschen in die Mitte oder auch nicht. Tschüüüü. Oh. Oh! Leute, der springt komisch. Ja, der ist wirklich komisch gejobbt, aber egal. Schön, ich bin mit dem Tor. Shit. Jaaaa! Nein! Schade. Nein! Das sieht immer so geil aus, wenn sie daneben springen. Ich bin in die Mitte? Ja, Christoph steht wieder außen bei dir. Ja, ist das Summer so! Oh Gott! Oh Gott! Was eine neue Leistung! Was eine neue Leistung! Wer hat das vorgeschlossen, ne? Ja, du eigentlich nicht! Könnt er mal auf den Skogen! Ja! Könnt er ja jetzt mal was machen? Ja! Ja, geht doch! Schön! Danke! Blöde Frage, warum Sascha über Christopher wohl weniger Punkte hat? Bin ich bei mir nicht? Ne, bei mir auch nicht. Bin mir schon. Na jetzt nicht mehr. Ich nehme doch mal ein paar Sekunden Zeit. Jo! Jo! Alles... Was war das für eine Aktion, Christoph? Ne! Warum warst du so früh rausgekommen? Oh, ist doch lustig. Jo, Christoph spielt jetzt nur noch rückwärts. WTF, Alter? Warum bin ich schon wieder am Tour? Leute! WTF? Was... Was war da denn los? Ich bin gerade einen halben Meter nach rechts geleckt. Bist du im Tour, Krischi? Ja, 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 ja. Ja. Oh! Nein. Ja. Nein, hab ich. Ja, gut. Ja, nein, ja, nein. Ich bin nicht im Tour. Ich bin nicht im Tour. Ich bin nicht im Tour. Nee, bis nach vorne. Ich rasse zumindest im Tour. Jetzt! Jo! Sehr schön. Komm, mit dir funktioniert das, du stehst auch da, wo du zu stehen hast. Richtig. Hier ist ja nun was... Vor allem stand ich da noch neben dir. Hahaha. Aber ich weiß, wo ich hin muss. Oh, bleib da nicht stehen. Ich bin... Hahaha. Alles klar. Hahaha. Hahaha. Oh, lol. Falsch getroffen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das ist nicht... Christoph, hast du dieses Spiel überhaupt schon mal gespielt? Hahaha. Hahaha. Christoph, trifft den Palma! Kommt in die Mitte. Hui. Kommt sogar gar nicht mal so scheiße in die Mitte. Oh, wo ist Christoph? Er war wieder hinter mir. Warte, den krieg ich Krischi? Okay, doch nicht. Sorry, ich war... Jo, alles gut. Oh, oh. Danke, da hast du mir hart den Arsch gerettet. Bitte? War das jetzt Ironie, oder? Nein, das war wirklich so. Der war schwierig einzuschätzen für mich. Einzuschätzen. Oi. Jo. Oh, Latte. Aber er stand mal da, wo er hingehört hat. Fuck. Oh. Hab ich ihn aufgehalten? Oh. Nein. What an save von Krischi? Hau ich nach vorne? Okay. Warum bist du hier vorne, Christoph? Falsch gedacht. Ich mach das Tor. Boah! Heeeee. Alle drei nebeneinander. Vor allem gehen alle drei zum Ball. Ach, gemeißer. Ich bin hinten. Bist du wenigstens da wo du hingehörst. Ich hab keinen Boost, das ist das Problem. Krishy, du triffst erst auf das leere Tor jetzt nicht, doch tust du. Das hast du was jetzt, wenn er daneben geht. Hab ich auch gedacht. Aber ich hatte auch zu wenig Boost. Ich bin im Tor. Alles klar. Oh, Krishy ist im Tor, willst du im Tor bleiben? Ja, fahr mal nochmal, 30 Sekunden. Ja, 30 Sekunden, 10 wohl, ja. Ach so. Also ich hab 30 gesagt, aber ich meinte natürlich. Ja, natürlich. Nice. Die Freiheit, die letzten 10 Sekunden. Meine Fresse. Liga rauf, Liga 5 von Prospect 3. Noch 1 Sekund, ich bin in Liga, weiß ich nicht was. Prospect 4, vermutlich. Wahrscheinlich. Das waren zwei Veteranen. Dafür haben sie aber ganz schön scheiße gespielt. Ne, ist ja ganz ehrlich so jetzt. Gut, vielleicht hat es auch keinen Bock, oder? Ja. Vielleicht hatten sie einen schlechten Tag, ne? Kennst du das auch. Das soll vorkommen, ne? Ja. Weißt du, obwohl die 360 Stunden vielleicht Rockleys gespielt haben? Heißt ja nicht, dass sie es... Boah, Christoph, halt besser die Schnauze, ey. Halt besser die Schnauze. Also ich erklär das mal ganz kurz. Ich bin auch gerade nur in den TS gekommen, aber die beiden spielen ja auch immer Counter-Strike zusammen. Und die haben eben eine Runde gespielt, die sie nicht aufgenommen haben. Schade. Und nur von dem, was ich gehört habe, hat Sascha nicht ganz so glorreich gut gespielt wie sonst. Als wenn ich jemals glorreich gut spiele. Er wurde von seinen Mitspielern gefragt, ob er die Karten überhaupt schon jemals gespielt hat. Die Karten waren Nuke für die Leute, die zuerst killen. Für die Zuschauer jetzt, wir spielen gegen Lady Loose, Donut Steve und The Roos. Okay, ich fliege auf die andere Seite der Map. Christoph bleibt lieber im Turb, wir sind nicht hinten. Jetzt darfst du ihn weghauen. Nein. Okay, ich treff ihn auch nicht. Auch nicht. Ich bin nicht da, Christoph. Okay, triffst den Ball eh nicht. Ich hab ihn leicht berührt. Ja, sag ich ja, triffst den Ball eh nicht. Ich hab ihn leicht berührt, du triffst den Ball eh nicht. Ach so, ich hab ihn leicht berührt. Ich hab... Wo bist du denn jetzt schon wieder Krisch eh? Ich hab nur den 100er Bus gesnackt. Ach so, na denn. Hab ich wirklich nur, tatsächlich. Kacke. Meinte ich jetzt tatsächlich. Vor, der Christoph. Ja, ja, ja. Loll! Bitte, bitte! Und Christoph, berührt dir noch einmal und snackt ab ey! Ich wär da gar nicht reingegangen. Ach! Als wenn du den jetzt entscheidend abgelenkt hast. Mal gucken. Ja! Die Stoners, dich hat ihn noch gegen deine Kante da vorne gegen gehauen. Der wär so oder so im Tor gelandet. Äh, ich bin hinten im Tor. Okay. Nix als Beschwerden. Oh lol! Und Sascha kann halt nicht einschätzen, wenn er mal qualitativ hochwertiges Gameplay sieht, ne? Das war sehr qualitativ hochwertig. Das auch ey! Hahaha! Es ist gut, die Presse auch zurecht mit deinem Ball vorbeizufahren. Hahaha! Oh, der Spaß. Ich bin im Tor. Warum nehmt ihr euch schon wieder gegenseitig den Ball weg ey? Ich hab nicht mit Christophs Präsenz gerechnet. Oh Gott! Okay, der ist zu hoch. Okay. Glück gehabt. Alles Gute. Oh Gott, der ist auch zu hoch. Oh Gott, der kommt auch noch wieder. Aber der ist zu weit rechts. Oh oh, ich fliege, ich fliege, ich fliege, ich fliege, ich fliege. He believes he can fly. Hau ihn weg, ich bin im Tor. Ich geh mit nach vorne. Äh, okay. Ich geh doch. Ist das nach vorne? Ja, doch. Klar. Aber der Ball geht nicht nach vorne. Das ist das Problem. Oh fuck. Die Kessel haben uns ge... Wo sprichst du denn hin, alter? Ich wollte ihn retten. Dann mach mal das so. Alter, können wir den Ball jetzt mal bitte befreien? Oh shit. Oh fuck. Nice. Danke. Mach du was aus. Nee, dann nicht so. Nein. Jetzt gehen sie wieder beide nach vorne, ohne was anzusagen. Okay. Ich bin im Tor. Ja. Vorsicht, Ball kommt. Krischi. Kein Boost. Können wir den Ball jetzt endlich endlich mal hier hinten rausbekommen? Danke. Ich hab kein Boost. Ich bleib einfach. Ja. Danke, Christoph. Wir sehen nur den Ball wenigstens. Oh Gott, Christoph. Das weißt du schon. Ja, das safe. Oh, nicht ordentlich getroffen. Nicht so safe. Oh nein. 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 Ich bin in der Mitte. Aber da hab ich leider keinen Boost für. Ja. Und da hat Christoph mich noch weggedrängt. Weil wir weiter zum Ball geheizt sind. Oh. Alter, wo fliegt der denn? Christoph. Ich seh dich doch nicht mal, wenn der Ball wieder ist. Und mach dir nicht. Alter, mach dir völlig weg. Christoph. Ey, der Typ will mich heute aber auch abfacken. Ein bisschen. Hau ich weg. 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 Dieser Motherfucker. Weil man hat dabei glaub ich grad ein bisschen gelackt. Krassi, äh ja. Hup. 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 Ich bin echt im Tor. Ich bin nicht im Tor. Ich hoffe. Ey, die wollen mich hier nur noch zerstören. Mann, das ist der Shit. Nein. Ja, warum kommst du denn jetzt schon wieder raus 20 Meter vorm Tor? Ja, wie der Fall schießt Glenn. Mann. Ich bin im Tor. Ich geh hin. Ich war da. Oh. Ach komm, du pisser. Lenk den doch nicht mehr rum. Jaaaa. Habe ich. Würde ich hoffen. Jawohl. Schönes Ding. Auch kein Assist für mich. Frech. Naja, war noch ein bisschen was wischen. Nee. War da groß was wischen? Oh, der war aber. Ok, Meiner. Ok. Kregi, Vorlage eigentlich für dich. Naja. Ja, ja. Ja, ich war gerade dabei, Boostering zu sammeln, den habe ich nicht kommen sehen, schade. Nein! Komm schon. Das ist der Fall. Noll! Kregi, hin da, hin da! Ja! Jawohl! Und schon wieder kein Assist dafür! Am Arsch! Ich sammle keine Punkte in diesem Spiel. Da habe ich richtig damit gerechnet, dass der Ball so langsam kommt, ey. Boah, das war knapp. Ja. Ich hoffe übrigens, ich übersteuere nicht. Ich bin im Tor. Ok, alles klar. Seit neuestem steht nämlich mein Mikro bestimmt nicht an mir dran. Ihr steht euch also nah. Ja. Das ist schon wieder nur Krischi und lasst nicht den Spruch, ey. Oh Gott. Kein Boost, Mist! Ja, sie sehen, hochqualität wie fürs Gameplay. Manchmal. Jetzt gerade nicht. Boah. Ich komme raus. Ja. Ok. Dann gehe ich ins Tor. Also ich fahre, meine ich eher damit. Kriegst du den? Kommt in die Mitte. Ja! Nein! Oh nein! Nee! Nee! Komm auf! Komm auf! Ja! Ja! Ach ne, es wäre aber sowieso 3-2 gewesen, ne? Ja, ich weiß. Oh Gott. Ich hatte kurz Schiss. Woo! Prospect Elite! Liga 4. Liga 4. Prospect A3. Ich auch. Easy. LOL! Ja. Da haben sie schon so einen Goldrang. Alter Schwede. Ja, das müsste ja der nächste Rang über meinem sein. Also die nächste Division. Das. Last round today. Jo. Ich finde, das ist eine Special-Folge. Hier machen wir 6 Runden. Keine Einwände. Alles klar. Machen wir. Ich bin gegen X-Ray, Whisky und... Wo ist der letzte? Meistermarco96. 90! Pass auf, die kriege ich, Christoph. Äh... Ich bräuchte Unterstützung hier hinten. Ja. Ja. Ich geh mit nach vorne. Ich bin im Tor. Ich bin im Tor. Okay, Ball kommt zurück. Ja. Ich bin weiterhin im Tor. Ja. Hau ich raus? Ich bin nicht im Tor. Ja, ich auch, ne? Gut, da fahre ich zurück. Bist du den? Ja, nicht gut. Warte. Okay, pass auf, den hab ich. Lass ihn. Okay. Den hab ich... Ey, der kommt auch jedes Mal raus, ey! Ich bin im Tor. Ja, was macht man denn wohl als Torwart, wenn der Ball direkt vor einem liegt? Der Vorwart hat er denn direkt vor dir? Der war fast auf der Mittellinie. Wer, ich? Ja. Ich dachte, du bist draußen, sorry. Ich über die Mittellinie. War schon unser... Nein! Ja, trotzdem bist du kein Manuel Neuer, der da bis zum... Doch, Yogi, darf ich auch erst dümmer sein. Ja, den darfst du ja jetzt mal schnappen. Ja, ich bin im Tor. Äh, okay. Christoph spielt halt den offensiven Torwart. Ja, genau. Offensives Torwartfeld. Ähm, den hau ich weg, den hau ich weg, den hau ich weg. Schönes Ding. Ich bin nicht der Torwart. Ich auch nicht. Richtigerweise. Und los, springe am Ball vorbei. GG. Okay. Die sind so alle richtig gut. Und da kommt er. Boah, schade. Ja. Muss man ihn lassen. Ich versteh nicht, was Christoph da schon wieder gemacht hat. Der Ball besser wegschlagen als Christoph. Du hast ihn nicht berührt! Ja. Besser wegschlagen als ich. Junge, ich hab mich wenigstens bemüht, ja? Bleib mal in der Fall. Aber stets bemüht. Oh, lol. Hat's trotzdem nicht geschissen bekommen. Neu. Also ich hab'n Gegner bekommen. Und Ball muss für dich kommen. Ich hab' immer gerne nach vorne gespielt. So. Total erleben. Sei froh drum. Ja. Was machst du da? Wie hab' ich den jetzt zerstört? Den darfst du jetzt raushauen. Okay, mach da nicht. Äh. Boah. Neu. 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 Boah. Der könnte? Der könnte? Der ist bei der anderen Eckfahne. Er hätte aber können. Hier spürt ne Fliege vor meinem Gesicht. Der kommt bald vor deinem Gesicht. Ich geh' nach vorne. Okay. Bin vorne. Der ist drin. Nein, ist er nicht. Doch ist er! Nein! Ist er nicht! Nein! Ey, ich treff grad gar nichts. Das ist ja unglaublich. Das gibt's doch gar nicht! Doch! Ballkroller! Rocket League! Was machst du da? Ich weiß nicht. Alter! Ich ist bewusst, dass wir doch einen vorbrauchen. Ja. Pfff! Weihnachts 2! Ich bin im Tor, ich bin im Tor. Ja, dann haut der mal weg. Dann haut der mal weg! Kein Boost. Kann doch ohne Boost was reißen. Aber echt? Ähm. 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 Der hat die weg noch. Der wird's. Ja. Den brauch ich weg. Ich bin hoffen. Ich geh' wieder ins Tor. Ah man! Die kommen jetzt alle grad zuvor! Oh oh! Nein! 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 Ich bin mir nicht ordentlich getroffen! Scheiße! Ja! Aber jetzt bin ich aus am Tor raus! Oh shit! Oh shit! Oh shit! So langsam müssen wir aber nach vorne. Wir brauchen ein Tor und haben nur noch 40 Sekunden. Sollten wir aus unserer Hälfte erstmal raus. Oh fuck! Jetzt hat Chris auf mich geblockt! Scheiße! Jetzt! 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 Ja! Ich rush hinterher! Okay! Ich krieg ihn nicht! Mega scheiße auch! Ja! Oh oh! Ich hab' ihn gestoppt! Ich hab' den Ball! Jetzt da vorne! Ja! Egal! Egal! Oh oh oh! Ich bin im Tor! Warte! 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 50 Sekunden nach! Nein! Doch! Jetzt! Jetzt! Kommt in die Rundung! Kommt fast hoher! Nein! Komm! Machen wir noch das 2-0 draus! Nee doch nicht! Loops! Schade! Oh! Wir gehen wieder runter auf Silver Prospect 3 oder sowas! Mal gucken! Jo! Nee! Liga 1! Ah! Liga 4! Wechseln ich gerade schon? Hä? Man, du wechseln nicht jedes Mal bei nem Sieg oder Niederlage die Liga du! Von mir aus können wir noch eine Runde? Ja! Los! Gut! Dann machen wir ne extra lange Folge! Weil heute letzte Folge und so ne! Bis Tagesmeinigung! Alter war das ne scheiß Runde von mir! 100 Punkte! Ähla! Ja! Ich hab auch nur 120! Also! Ah! Gesundheit! Danke! Twisted Ales, DoorKids und Virus sind unsere Gegner! Ich bin schon! Ja! 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 Du stehst schräg zum Ball! Natürlich wenn ich den dann spiel! Wie soll ich das sehen? Ich seh doch dich nicht! Warum stehst du überhaupt schräg zum Ball da? Ja! Weil das nicht und ganz so gut war! Mitte! Ja! Ja! Achso! Äh! Ist das denn so schwer das Spielprinzip zu verstehen? Fick dich halt! Ich bin schon! Ich wurde vom Gegner weggehauen! Ich weiß nicht wo ich bin! Ich weiß nicht wo Christoph ist! Ah da ist er! Ich weiß nicht wo Christoph ist! Ich hab grad das halbe Spielfeld gesehen aber Christoph war nicht da! Ja! Oh! Sag du das! Du bist da vorne! Ist da jemand bitte? Ne! Na ja! Ist Krischi hin? Ja ja! Ich bin hin! Oh oh! Kriegst du den? Nein! Frag beim Kopf! Na super gemacht Krischi! Maaan! Komm der hat so ein schönes Auto! So einen kannst du doch wohl dick hier haben! Ja! Eigentlich schon ne! Also ich war da echt nicht so schwer zu bekommen! Aber ohne Boost! Gehst du dran? Also mit 12 Boost! Ja! Hätte gereicht an sich wenn du dich nach oben gerichtet hättest und den Boost gezündet hättest du rankommen! Also wir treten drei Meter längs zum Ball! Der Bruch hätte gar nichts gebracht! Gut das safe! Ja freigeschlafer! Ich bin im Tor! Okay! Bitte? Hoffe ich! Krischi ist ein guter bei dir! Wüsste ich das dann nochmal abprallt! Oh Gott! Ich komme raus! Und ne warte mal! Es ist ne Scheiße in die rauszukommen! Oh! Schöner Block! Den habe ich falsch eingeschätzt! Das ist also sowas jetzt weil du deutlich dich da mit dran war! Ach shit! Ne das ist die falsche Richtung! Ja gut! Na ne? Oh so halbwegs! Danke! Ich bin selber ganz begeistert dass das geklappt hat! Jaaa Jaaa Ein Diesel like dies! Ah ich kann nicht mehr hinterher setzen! Oh Gott! Ich gehe jetzt raus! Okay! Nein ich bleib hinten! Ich bleib hinten! Vorsicht! Uiuiuiui! Uiuiui! 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 Uiui! Uiui! Uiuiui! Uun! Uadr! U transc предe! Ja! vor allem ich würde ich nicht manchmal unterschätzen ist recht erschütz. Ich weiß nicht warum aber manchmal sollte ich kein Excel für den Ball pits würde ich es.. stä Rudend ist zu zweitem Für. 9! Ja! Sarah so た016 Ok! ich musste ich kurz zu spielen ich bin richtig kacke wisst ihr was das problem ist ich bin doch beschissen ich bin doch ich gehe mit nach vorne ich bin auf der seite wie die nase schon wieder ich habe dieser der ball kommt zu mir da könnte drin sollten die das weit links und den hat auch abgewährt nicht mal schlecht kommt los tor torwart raus ich gehe mit nach vorne ich bin der tor anderthalb minuten noch snackt er mir den werk und cool und cool schönes ding ich bin doch noch bis kerl ich glaube ich das war zu früh rausgegangen ja ich hatte kein boost das war knapp ich habe immer noch kein boost ist keine gute idee dass ich im tor bleibe okay sehr gut eine minute noch ja go go power rangers was war das denn für eine aktion von euch ich hatte die zählen und dann ist doch nicht voll weg ich wollte weg zurück wie du wirst du das rauskriegst dumm gelaufen sorry sorry alles gut alles gut ich bin im tor eigentlich ist egal die müssen alle nach vorne kommen ja durchaus und wie hat er den denn jetzt getroffen war eigentlich schon dran vorbei und schon ganz schön unmöglich ihre spiele noch gewonnen ja moment eigentlich nicht du bist in meiner fahrbahn mensch krisch den solltest du bekommen irgendwie ja oder auch nicht locker 18 sekunden haben wir noch kommt wir hätten gerade aufhören sollen ey wir hätten gerade aufhören sollen ja wir müssen gleich noch eine müssen wir noch ne ach so die folge mit dem sieg beenden das was soll man da wo war denn der godi jetzt krischi wo warst du nein was soll ich drei zehn sekunden ist wussball bestand von 3 zu 0 nach im tor Schautsbegrenzung ich das fiest gesagt Kuscheln die alle am Ball? Boah ey, was ne... Scheiße. Ey, Prospect 3, Liga 4. Ey, Prospect Liga 3. Machen wir wirklich noch einen? Ja komm, hau raus. Alles klar. 35 Minuten Special oder sowas. Und ich glaub, gleich geh ich noch raus in die Runde Pokémon fangen. Boah, komm nach C's doch, komm mit. Nee, zu weit weg. Pokémon fangen. Zebran, Flames, Petetzky und viel Fire Boogie. Was? Das sind unsere Gegner. Wird ja ein heißes F2. Ne, ist doch kein AFK. Hab ich aber auch was gedacht. Naja, jetzt habt ihr euch so gedacht jemals, ne? Nein, 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 nein. Kann ich jetzt bitte mal so ein richtiger Lappenverein hier sein? Also die haben alle drei die gleiche Karre. Ja. Und vom Namen her würde ich jetzt auch fast auf die Spielen zusammen. Boah. Nur weil da eine Fire Boogie heißt und da andere Zebra in Flames? Und alle drei die gleiche Karre haben und alle drei sogar genau den gleichen Farbton. Aber es hat doch, sie haben sogar alle drei die 500 Flagge. Ne, ich hab halt zwei schon die Flagge gesehen. Ja, danke Christoph. Zeig, wie keiner meine Glanzparade würde ich schimpfen. Ich hab schon was pariert. Ach so? Ja, bei dir und fast bist das ja so. Ähm, ich trau mich nicht. Gut so. Ja, da bleibst du auch noch schön im Tor, du. Ja, kommt jetzt in die Rundung. Christoph, bist du da? Ne, der war zu weit. Scheiße. Mein Bock. Oh, wusste ich, weil der runterfällt. Ja, ne, der war auch zu weit. Oh. Ähm. Mensch Christoph, den hättest du doch bekommen müssen. Oh. Oh. Okay. Ja. Pils. Okay. 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 Easy. Ja. Oh. Wo bist du, Christoph? Ja, ich bin ja. Jemand da, wo man den... Kriege ich? Nicht. Christoph auch nicht. Alter, wie da einer da fliegt, ey. Ja, ja. Was, Sascha? Ja, ich bin am Mittelbruch. Leute, der kommt nicht raus. Das ist so traurig. Ja. Ja. Der ist mit einem mit Tastatur. Ich hab keine Ahnung. Nein. Oh Gott. Ja. Ach komm schon, P-Tatzki. P-Taxi. P-Taxi, alter. Bitte? Ja, ne, der kommt nicht weit genug. Doch. Der kommt gut. Das macht. Alright. Ja. Ja. Der wird auch reingegangen. Der wird auch reingegangen. Wo wird der hin reingegangen? Der fliegt weg vom Tor. Nicht freigegangen. Wie kommt schon bitte? Achso. Achso. In dem Tor? In dem Tor? Noi. Ne. Oh, kacke, Alter. Wie kommt der denn? In dem Tor? nicht dass das viel ändert aber danke ja ja sie nein 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 scheiße ich komme ich finde man die richtige taste die ersten zwei menschen dieser folge muss ich leider ausschneiden beziehungsweise die zweiten zwar das zweite das dritte einige eigentlich ja das sind auch richtige nabbelts das muss man jetzt einfach mal so sagen hat sich macht das letzte spiel und dann noch mal ab ich bin im tor denn christoph so schön darf nicht zu unserem tor aber ich kriege auch den noch weiter zu unserem tor sehr gut ich bin im tor ja finde ich gut schön christoph kommt bitte ok mach ich selbst ne mach ich doch nicht selbst ich wusste dass du kommst pass auf ich hole euch hier nach vorne ja ja natürlich ich würde nie was anderes unterstellen Moment ist christoph hinten ja ich bin hinten ok Herr Krischi gerade meinte ich haue ihn euch nach vorne und plötzlich ziehe ich Christoph ja ich habe mir acht kommt ich kann auch mal mitmachen Krischi ein guter tipp um schnell nach hinten zu kommen sind vorwärts saltos ja ok ich wollte aber eigentlich erstmal abwarten was passiert warum kommst du denn jetzt schon wieder mit nach vorne ich habe gerade ich war ein bisschen orientierungslos muss ich gestehen was ganz neues bei Krischi ey dünnes Eis aber ein Fakt ja aber was haue ich weg haue ich weg hab ich ey ich sag schon dreimal weg ich haue ihn weg und danke haue ihn ja und ich habe die Paradenpunkte bekommen ne oh ne den hoffe ich nicht fuck elder genau ungefähr oh voll reingeschrei grischee alles hängt an dir leben am limit ok voll verkackt Nein! Siehst du? Es ist jetzt so dumm, das leere Tor zu treffen, ey. Die treffen das leere Tor nicht! Team Kompetent! Nice! Easy! Easy! Prospect 3, Liga 5 Prospect 3, Liga 3 So, liebe Leute, das war eine neue Runde Rocket League. Wir danken vielmals für's zu sehen und wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschö tschö! Tschö tschö!